Ihr Freund Ahmed Monsef kommt aus dem Iran. Er ist nicht verheiratet. Seine Familie wohnt in München. Er möchte als Fahrer bei BMW in Deutschland arbeiten. Deshalb möchte er dort eine Wohnung mieten. Er kann monatlich 550 Euro bezahlen. Füllen Sie für Ihren Freund die fehlenden Informationen in das Formular aus. 1. Vorname 2. Familienstand 3. Beruf 4. Firma 5. Miete 450 Euro, 500 Euro, 550 Euro Antworten 1. Ahmed 2. Ledig Backslash nicht verheitet 3. Fahrer 4. BMW 5. 550 Euro 5. Es gibt 5. 탑 6. Entschlunky 5. Apte